der friedhof sügel mal wieder hier so schön alles kaputt mache aha ja 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Oh, ich stehe auf dem Bus. Wir haben versagt. Auf geht's ins nächste. Drei Minuten haben wir gebraucht. Wahnsinn. Mad Eagle. Wenn dir alles scheißegal ist, kannst du das hören. So, kaputte Flügel. Ach so, warte mal. Ich habe etwas von einem Trophäe gelesen, das den Handschuh beinhaltet. Ah, das geht. So, mit der müssen wir ins Labyrinth gehen. So, das geht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 die so das ist das du hast du Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Hier kann ich ja gleich mal eine Seele abgeben. Zum Glück werden die ja markiert, aber besser nicht so bei mir ist mit dem genauen Hingucken. Nein. Das war's für heute. Das war's für heute. Uh... Uh... Okay, cool... Okay, cool. Okay, cool. Okay, cool. Okay, cool. Okay, cool. Okay, cool. Jetzt spielen wir das alles nochmal neu durch, ne? Das ist ja frisofen. Okay, cool. Das ist ja quasi der richtige Held für den Job. Okay, cool. 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 Das haben wir schon gehört. Das haben wir schon gehört. Ach, ist das schön. Mad Eagle! Sehen wir jetzt Höfe? So. Hier haben wir eine Seele abgegeben. Schaut, dass man aufs Inventor eine Kleid zugreifen kann. Schauen wir mal, ob wir hier eine finden. Ja, ja, ja. So, ja. So, ja... So, ja. Aber das ist so, wo alt? Das ist ein Problem. Was ist das? So, gehen wir schnell hoch zum Hypo greifen oder was ist. So, gehen wir. Das gab es definitiv nicht, oder? Oh mein, das ist... drüben ist die seele oder sie zumindest so aus ja 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 Das war's für heute. das haben wir schon alles gesehen ja Das war's für heute. 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 Abfahrt, sag ich dir. Abfahrt. So, dann gehen wir jetzt am besten nach da. Das war's für heute. Das war's für heute.